Sonntagabend, Punkt 8, ganz herzlich willkommen bei der ZIP20. Es war einmal eine Regierung, die musste unterirdisch durch die Katakomben zur Angelobung, ist schon ein Weilchen her, schwarz-blau damals, die neue Regierung. Die Neuauflage von Rot-Schwarz wird morgen angelobt in der Hofburg, unterirdisch wird's wohl nicht werden müssen, aber sie muss sich auf heftige Proteste draußen vor der Tür am Heldenplatz gefasst machen. Vor allem die Sache mit dem Wissenschaftsministerium, das es ja nicht mehr gibt, sorgt für Empörung. Im richtigen Leben und im Internet mit einer Online-Petition. Im Sekundentakt werden die Unterschriften der Online-Petition mehr. Unterschriften, die fordern, dass das Wissenschaftsministerium eigenständig bleibt. Der Initiator ist Julian Wenninger, ein Mitglied der ÖH Graz. Ich denke, dass in jedem Fall jede einzelne Unterschrift ein starkes Zeichen ist, dass es uns wichtig ist, dass wir in Österreich die Wissenschafts- und Folkungsagenten einzeln vertreten haben. Doch damit nicht genug. Eine erst vor wenigen Tagen gegründete Solidaritätsseite auf Facebook hat bereits mehr Fans als Kanzler und Vizekanzler zusammen. Die ÖH hat für morgen Mittag zu einer Trauerkundgebung vor dem Wissenschaftsministerium geladen. Und am Dienstag soll es eine Demo gegen die neue alte Regierung geben. Vizekanzler und Kanzler bekräftigen in der heutigen Pressestunde ihre Entscheidung. Dass man irgendwas einmal verändert und nicht immer bei dem bleibt, wie es derzeit ist, das muss man doch einer neuen Regierung auch zugestehen. Hätten wir das genauso fortgesetzt wie vorher, wäre der erste Kritikpunkt gewesen. Nicht einmal bei den Ressorts wurde irgendwas geändert. Also jetzt haben wir was geändert. Ich glaube, das kann man durchaus argumentieren. Aber ich stehe hinter dem, was der Herr Vizekanzler vorgeschlagen hat. Im Gegensatz zu derzeit zehntausenden Bürgern in Österreich.